2 Minuten Beschreibe, dann werde ich lebenslang gesperrt und darf kein Handball mehr spielen. Ganz Österreich hat heute gesehen, was passiert ist. Meinen Sie die Schiedsrichter? Natürlich. Ich habe heute eine 2-Minuten-Strafe bekommen wegen Jubeln und eine weitere 2-Minuten-Strafe wegen aggressiv schauen. Ich habe in jedem einzelnen meiner 160-Länderspiele gejubelt und aggressiv geschaut und habe keine 2-Minuten-Strafen bekommen. Aber das ist der Unterschied zwischen internationalem Niveau und nationalem Niveau. Und ich bin wirklich froh, dass das Spiel im Fernsehen war, nicht nur weil wir gewonnen haben und weil wir gezeigt haben, was für eine geile Mannschaft wir sind, sondern weil ganz Österreich die Chance hatte, das zu sehen. Ich bin wirklich froh, dass das Spiel im Fernsehen war, nicht nur weil wir gewonnen haben. Na, schön auf rechts gespielt. Vauer mit der Parade. Da gibt es aber den nächsten 5. Tommy Bauer muss raus. Oh, ein bisschen nachfragen. Ich habe selber gerade nachfragen müssen. Gott sei Dank sitze ich hier gleich in der Nähe. Also Zeitstrafe gegen Julian Riedner, Zeitstrafe gegen Tommy Bauer wegen Unsportlichkeit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mit dem Blick dem Schiedsrichter gegenüber. Oh mein Gott!